Wie machen wir das? Ah, ich weiß, glaube ich. Also wir fallen beide quasi hier durchs Gelbe und ich schieße da hinten dann das Blaue hin, sodass der uns da ungefähr abhält und wir dann da hinfallen, weißt du? Verstehe. Mach mal. Ja, sowohl dazu. Ich glaube, es reicht, glaube ich, wenn einer springt. Mach du mal. Dann kannst du das andere auch direkt da hinten hinsetzen und es braucht dich nicht mit mir zu koordinieren. Matthias wird den Boden auffischt. Sollen wir jetzt jetzt hier unten so aus? Ja, abfangen hat grandios funktioniert. Jetzt... äh... Ah, du kriegst neun von zehn Stilpunkten. Und... Und... Warte mal... Matthias... Geh mal über eins meiner beiden Portale. Ja. 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 Dann haust du jetzt dein Violettest da drüben hin. Und bleibst mal kurz so verharrend. Äh, ich muss kurz was vorbereiten. Also brauche ich Zielsicherheit. Gucke einfach nicht hin, ne? Oh, mir wird's schwindelig. Okay. Oh, okay! Hiiii Shriiii Hiii novels! Oh iiiii ャ! Ja, verständlich! So, ich brauche jetzt Zielsicherheit. Ich muss ganz schnell hier ein Portale anzusetzen. Abohol da bekommst du dann doch kein Tempo dazu. Wenn ich allerdings mein rotes dahin setzt, wo vorher dein Violettes war, also mobily dahin, müsstest du theoretisch wieder ins Gelbe fallen und dadurch Tempo gewinnen. Weißt du worauf ich hinaus will?! Mhm. Okay. Achtung, ich setz es jetzt. Jo, hat sehr gut funktioniert. Bin mal kurz für 2 Sekunden. Jep. Aber hey, du hast Tempo gewonnen. Okay, in der Zwischenzeit amüsiere ich mich selbst mit dem Test. Haha. Pfff. 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 Trallala. Soll man schauen? Irgendwie muss das doch funktionieren. Verdammt. Irgendeine Möglichkeit, die wir noch nicht gedacht haben. Okay. WB. Hm. Autsch. 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 Ich würde eine Erklärung für Dumme bitten, wenn es genehm ist. Basus, also bevor jetzt irgendwie eine Sache klappt. Böööö! Was genau planst du eigentlich? Ach, keine Ahnung. Sehr cool. Was auf jeden Fall... Moment. Moment. Es kann sein, dass das jetzt funktioniert. Ich kann es nicht garantieren. Aber gut, wer kann das schon? Ähm. Wie gesagt, die Zahlen müssen doch was auf sich haben. Hey, Matthias! Hab's, komm hoch! Das ist so simple und einfach wie dämlich und präzise. So wie immer halt. Äh. Matthias? Ja, ich häng grad. Okay. Äh, komm mal hoch zu mir hier. Du errettst das nie. Das ist so simple und einfach wie dämlich und präzise. Geh über den Zweier. Warte kurz. So. Eins deiner Portale setzt du da unten, wo es jetzt schon ist. Das andere da drüber. Das andere genau unter dir. So. Und da stehst du, da bleibst du jetzt stehen. Bereit? Ja. Du brauchst nichts zu tun. Du brauchst nur in dein Portal reinfallen. Oh. Verscheuert, ey. Furchtel doch nicht so herrenlos herum. Die Idee kam mir gerade. Es wäre doch sinnvoll, das mal rauszutesten. Deswegen eins und zwei, weil jeder ja ein Paar das. Ach, du hast die Tisch geschaut. In Kürze wird das Wort Blah fortlaufend wiederholt. Wenn ihr einmal eine Zahl anstelle von Blah hört, ignoriert es. Dies ist ganz und gar unwichtig. Der heutige Sicherheitspunkt lautet 5, 33, 41, 18. 5, 33, 41, 18. 5, 33, 41, 18, ne? Ja. Ich habe es schon notiert, falls wir es irgendwo brauchen können. Tja, ich auch. Wieder das Achievement, ey. Ja, total. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so weit kommt. Nach eurem Kalibrierungstest wollte ich schon eure Kerne demontieren und wieder in die Taschenrechner einbauen, aus denen ich sie entnommen hatte. Ah, ja. Aber ihr seid ein echtes Team geworden. Richtig nahe gekommen seid ihr euch. Ich kannte mal ein Team, das sich noch näher stand. Aber ich musste einen von ihnen vernichten. Der andere? Nun. Darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Also, machen wir noch eine Testkamera, oder? Hm. Hm? Oder lassen wir es gut so? Sagen wir, lassen es sein. Das war doch wohl ein Witz. Leistungsgutzeichen, okay. Wie viel lang haben wir gebraucht? Ungefähr ne Stunde. Ungefähr ne Stunde, ja. Wobei, bei der letzten Kammer hätten wir eigentlich nur zwei Minuten brauchen dürfen, anstelle von zwölf. Jo. Oder 15 sogar. Schritte gesamt, du hast 3.000 Schritte mehr gemacht als ich, weiß was das bedeutet. Ich bin der, der dumm rumsteht und nachdenkt. Und du eher der praktisch veranlagte. Eigentlich eine perfekte Ergänzung. Du probierst halt aus, ich denke vorher lieber drüber nach. Du reich mit Leistungsgutzeichen. Ich fang schon so an zu denken wie dieser Computer. Oh! Ich habe immer mehr Schritte. Ja, aber hansinn. Du darfst auch die ganze Zeit um mich im Kreis. Ich bin nicht des... Ey, warte mal. Hältst du mich für die Sonne? Cool. Hä? Ob du mich für die Sonne hältst, du kleiner Planeto. Ja, ich kreise auch nicht. Du bist so fett, dass du in einem eine Erdanziehung hast. Oder wie Dingens, äh, Serious Sam gesagt hat, zu uns in meinem Bosskling war. Mann, ey, du bist so fett, du brauchst jetzt einen eigenen Asteroidengürtel. Okay, dann lassen wir es gut sein. Mit diesem epischen Bla, 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 Bla verabschieden für uns hier. Ja, wir wünschen euch eine wunderbare Zeit. Viel Spaß. Genießt, was immer ihr auch macht. Sonst noch was? Nö, wir sehen uns dann... Beim nächsten Mal wieder. Genau. Wenn wir wieder auf der Jagd nach dem Deptmachievement sind. Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschöö. Ciao.